was und dann geht es los bei mir geht es jetzt los und bei dir auch bald ich bin ein Chinese und bin damit Verteidiger Ach Rush hast du genommen Alter 100 Frames das ist ja geil wir starten hier auf dem Flugzeugträger den du auch in der Story hattest Ah Ok jetzt mal So Da ist er Oh Du musst aufpassen du fällst hier gleich runter ja also da ist hier gleich Alter Das sehe ich überhaupt mal nicht um ehrlich zu sein Boah Warte komm Gingst du eigentlich mal Puh Einen hab ich So Aber die Rush Map gefällt mir das hier wie gesagt hier das Ding aus der Story Ja Beziehungsweise hier das So dann gucken wir mal starten wir hinten Bist du ja wir sind in einem Team mit Nuke Nuke 1 So Wollen wir mal gucken So Wollen wir das dann gewisslich fahren Alter sind die schon hier oder ist Alter sind die schon hier oder ist Du 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 dum 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 Keine Ahnung Keine Ahnung Habe ich natürlich nicht geschafft Auch immer der hier hin ist Bestimmt abgestiegen der Penner Ich hab dich gerecht Ach so gut gemacht kannst du mich ja aufnehmen Kannste nicht Nee Bin leider kein Sati Bist du? Ich komme gerade hinten wieder an Ich schütze hier die A-Seite ein bisschen in den flachen Strand Ich schütze hier die A-Seite ein bisschen in den flachen Strand Oh jetzt kommen sie ja mit einem dicken Schiff Oder ist das ein Amphibien Fahrzeug? Alter Ist ja kaputt hier die Scheiße Ja Nein! Ne Nate Alter Wo kommen die denn her? Von da hinten Stehen sich gegenüber weiter was sie ist da ich bin auch da da was ich wollte ich als an die rein siehst du ja ja nie ist klar ich komme jetzt als ich als an die rein ich komme als an die rein Bombe gelegt hat er schon meinen ersten treffer hier kassiert von wo denn Penner was ist das hier du Arsch ups ist das nicht unser Hubschrauber Hubschrauber alter ich komme es war ein treffer es hätte ja ein Kopfschuss sein müssen war es aber nicht ich glaube es wird es nicht mehr rechtzeitig schaffen doch 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 und NOOOOOOUN Sekunde ich habe es gesehen Achtung da kommt doch ein Schiff die spawnen bei dir ich bin in der Häuserruine drinnen mehr als nochmal zusammen krachen kann sie nicht beziehungsweise wie kann denn ich eh nochmal zusammen krachen ja oh 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 nein ich bin down Kopfschuss von hinten bei der anderen Bombe da Dankeschön Wazi Alter Ey ich seh die immer nicht Kann sie mich wieder aufheben ne wa oh ok okay hat die klappen ne 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 boah ich habe schon gesehen dass die von hinten kommen man sollte auch ab und zu die Karte gucken wäre nicht schlechte nein noch eine Nade alter zwei Nades hier irgendwo auf die Penner oh oh wo ist Wazi nicht im Spiel oh ach ach ich sehe das blöde Schiff ich sehe leider ey das gibt es ja nicht boah ach von da von der Seite Moment wo müssen wir denn wir müssen doch da hinten ach da quer über die Insel oder nicht ne ich hock hier hinten im Gebüsch ich weiß ich bin ja bei dir achso die werden hier gleich von da hinten kommen Achtung wo du gerade offen stehst ich gehe mal zur anderen Seite rüber da hinten läuft einer nein da kommen sie da kommen sie mach sie kaputt Wazi ach einen habe ich ein hatte ich Piefenklo ist hier fuck yeah fuck yeah ein 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 ist klar ich mich auf ich mich auf mir elig bist du denn da hinten hin also zu weg weg ok schützen gab alles bottom und wo kommen die denn in Infallend? Ja. Ach ja, hier. Da bin ich irgendwo gestorben. Okay, alles klar. Oh, hinter uns schon, oder was hier? Da hinten ist ein Boot oder sowas? Die müssen irgendwo hier hinten sein, die Penner. Das war das Boot, was... Da ist er doch. Das hat nicht einer. Mehrere. Ja, ja. Gerade die spawnen da. Du lebst noch, sehr schön. Ich komme, ich komme. Bam, ausgelöscht, die Penner. Haben da so einen scheiß Spot hingestellt. Ist hier explodiert. Hinter dir. Down. Habe ich. Ich habe es gesagt. Oh, ich muss Dach laden. Ich habe nur noch sechs Schuss. Das ich das immer vergesse nachzuladen. Ich lad so oft nach. Oh, jetzt kommen sie. Achtung. Ah, da ist er, da ist er hinter uns, Matzi. Hast du ihn erwischt? Ja, sehr schön. Ja. Jetzt mich auf ihm kommen. Kommt ein Boot, Achtung. Oh. Nein, er hat mich wieder nicht aufgehoben. Aufgehoben. Ich hatte auch schon wieder die Handgranaten. Ich hatte auch schon wieder die Handgranaten. Jetzt sind alles nicht wieder in die Luft, ja. Ja, ja, wollte ich. Und nachdem ich gewechselt habe, bin ich dann gestorben. Das passiert mir so oft, dass ich zu weit rolle. Das passiert mir so oft, dass ich zu weit rolle. Da hinten. Ja, genau. Da müssen Wäsche sein, oder? Oh, ich sehe nichts. Ist das jetzt explodiert? Ein Schiff oder so? Oh, wo ist Wazi? Oh, wo ist Wazi? Ach so. Direkt hier. Direkt hinterher. Ich glaube, hier hinten kommt ein Fahrzeug, wa? Nee. Dann ist ein Jet-Ski. Viele Treppenaufgänge haben wir hier eigentlich. Na, hilft mir. Die sind in den unteren Toren. Die sind in den Schützengräben, ja. Hallo, 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 hallo. Wo sind sie? Kommt raus hier, Jungen. Gehen wir doch mal ein bisschen auf die Jagd hier. Komm da hinten, gerade alle hoch. Nein! Wazi hat auch einen erledigt. Sehr schön. Die haben da hinten das Span-Bark hingestellt. Ehm, justice ist sicher. Die haben da total Wir machen hier das Span-Bark effekte grey aus. Die Wirklichkeit mettre vorantächtig! Oh, bei B ist einer. Der war schon tot. Hinten sind sie wieder gespawnt, alter. Oh, da ist ein Boot. Nein, Mann, ich bin hier nicht so schnell weggekommen zum Protz. Dahinten kommen sie gerade alle ran, alle A zu A. Mindestens drei, vier Mann wieder. Mann, von wo denn ihr, alter? Kennt diese denn hinter dem scheiß Penner? Achtung, weil sie hinter dir. Oh. Fast drin. Hüpfen sehen, springen sehen wie auch immer. Fallen. Ich weiß ja nicht, dass du da drin liegst. Ich dachte, du stehst da auch wieder draußen. Da oben ist einer. Ja. Hey. Nein. Kommt ständig an meine Taste zum hinlegen, Mann. Da links. Oh, oh, oh. Das ist ein BD-Pack hin. Ach, einer war noch mitgelaufen. Ey, diese Drecksboote, alter. Die kotzen mich so an. Achtung, da kommt noch einer. Ey, und schon wieder down. Nein. Boah. Lauf. Schlampe, lauf. Boah. Okay. Nein. Scharfschütze, kurz vor. Du guckst mir ein bisschen zu, ja? Ja, ich hab geguckt, wann du sicher stehst, damit ich bei dir joinen kann. Dem war aber nicht so. Und ich stand fast sicher. Scheiß Brot wieder da hinten. Ach. Oh, 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 oh. Irgendwas treff ich. Ich hab'n hässlichen Schützen runtergeholt. Nee. Ist schon wieder tot? Ich hab'n runtergeholt, ohne dass mir was passiert ist. Ohne dass sie sich... Also ich durfte weiterleben quasi. Hier hinten sind sie schon wieder alle, die Penner. Da ist noch irgendwo einer. Alter. Wo ist der Medikit? Ah, hat sich da noch nicht. Der gerade so schön liegt da oben. Ich muss ja hingeflogen. Ich seh' dich nicht mehr. 49 Mann wären wir aber wohl durchhalten, oder? Alter, alle von links. nein Ja, doch, eine Granate hat in den Luft gejagt. Besser ist ja. Wollte gerade sagen, so weit war die nämlich gar nicht weg. Das ist wieder das verkackte Schiff, oder? So. Zwei Beine aufgestellt, ab geht die Luzi. Kommt raus, ihr Pibis. Jetzt kommen sie natürlich von der anderen Seite weg. Messer mich gleich von hinten. Die Furzen. Da ist doch was. Ach man, nur Hilfe. Alter. Hat er dich getroffen? Nee. Alter. Da wurde ja auch Zeit hier, fast 100 Schuss. Aber jetzt hat er dich. Hier über uns fliegt irgendwas, oder? Ich hab die Laufenden Helikopterschatten. Oh, Land nach. Watzi, du hast meinen Kill geklaut. Ja, ich bin hier oben. Da oben bist du. Ach so, das ist hier so ein Windrad. Dann gehen wir doch wieder zu B. Warum liegen hier Palmen auf dem Boden? Das ist zu tief hier. Ach, ich glaube, ich bin auch gerade geschossen, ja, da hinten. Mach schön kaputt. Der ist gerade gestorben. Also ist hinten bei Beam, ist eine Zwische, kommt da, kommt da. Kopftrefferbonus, Bäm. Du schießt da schön und sag, wenn da irgendwie irgendwas. Ich hab hier gerade mal etwas erschrocken. Oh, ich hab aber doch noch einen gekillt. Sehr schön. Und wiederbelebt. Oh, da ist noch einer. Oh, bei B kommen sie jetzt. Also einer zumindest, wenn ich gerade hier sehe. Da kommt er. Ich muss erst mal nachholen hier. Wieso ist Bravo da hinten? Kein was mehr? Moni, ich komme. Komm her hier. Bleib stehen. Kiste liegt. Fuck, Mann. Jawoll. Dankeschön, falls du es warst. Mann. Ja, war ich. Ey, blöde Schiff, ich komme jetzt hier nicht weg. Ist eh gleich vorbei. Oh, hab ich aber nur einen guten KD gemacht. Sehr schön, haben sie gerade meinen halben Rush-Mode geschafft. Das könnte sogar bei mir positiv ausgegangen sein. Ist bei dir positiv ausgegangen. 13.11. Und ich hätte dich fast wieder gehandelt. Ach, Schweine ab. Jawoll, Granatenkill. Und ich hätte dich fast wieder gehandelt. V40 Mini, ich habe mit kleiner Handgranate bekommen. Oh. Zadab, zadab. 13.11. Oh, das ist 19.16. Ja, da wäre ich hier richtig schnell so angefangen. Aber läuft. Und ich habe hier. Vielen Dank.